wahrscheinlich werden noch nur zehn minuten folgen aufkommen nicht nur eine viertel stunde aber das werdet ihr dann sehen ich weiß es noch nicht ganz weil da muss ich erstens nicht so lange also doch ich nehme trotzdem so lange auf aber dann habe ich sicher genug folgen bis jetzt sind die videos eigentlich gut angekommen läuft es eigentlich mit dem let's play von sebastian ist auch nicht ob das gut angekommen ist müssen wir mal nachgucken kann ich ja alles nachgucken so jetzt ist aber ein ja das reicht jetzt das dach sieht schon so fertig aus aber oben will ich natürlich auch nur ein stock obwohl ist wirklich so viel platz ich weiß ja nicht weiß ja nicht weil ich will ja auch dann noch im keller bauen und so und dach und stock ist fertig ich könnte mal raum einplan machen ob ich den oberen stock wirklich nur brauche also unten wahrscheinlich ich lagerraum oder sowohl lagerraum ich hier oben dann machen da kommt ich mache den oberen stock auch noch ja komm dann machst du auch noch einfach der wird nicht so klein äh so groß naja dann mach ich nicht so groß muss ich gucken wie ich hier denn mach der überhaupt nicht groß also hier so die kleinen teilchen hier aber wie so ein schlaf bett und so wird es schon reichen dass wir den platz optimal ausgenutzt einer seite muss ja noch hoch kommen und so das geht nicht die knackt sich nicht von alleine also hier in der mitte wird schon viel platz geben so dann aus äußeren seiten nicht so viel aber da kann gut ein zimmer oder so hin so zwei zimmer wohl ein eben einen werde ich nur brauchen für den aufgang und da hoch kommt meine bude hier oben möchte hier am fluss irgendwann mal ein ganzes dorf stehen haben das ist so das titel ganzes kleines dörfchen jetzt kommt das ist so das ist so Sorry, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Doch, die brauche ich noch, ja die brauche ich ja noch, die brauche ich fast ne, hei hei hei. Ja ich weiß, dass das häuschen hier nicht duft aussieht, das muss es aber auch nicht. Aber jetzt wird das wahrscheinlich noch mit denen gehen, ne ne ne, war nicht Sand. Wo habe ich die? Oh, ich hätte noch gehabt. Na ja, was ist hier, soll vorkommen. Wow. Oh. 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 Ja, ich will jetzt mal wieder nicht viel. Hat zwei Gründe, ich weiß nicht was, und eben, ich mag nicht mehr. Ich bin wieder, wieder, wieder. Ich gucke jetzt auch ein bisschen auf die Uhr, weil dann höre ich eben noch auf. Ich gucke jetzt mal wieder. So, ich würde sagen, das war's wieder für diese Aufnahmesession. Er war ein bisschen leise von mir her, aber naja, wenn ich nicht mag, dann mag ich nicht. Tut es mir auch leid. Aber, es ist wirklich so, das tut mir alles weh. Achso, weh. Ich hab Schmerzen und, ja. Es ist, es ist Nacht und ich möchte schlafen gehen. Ja, dann würde ich sagen, da verabschiede ich mich mal. Und, gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.